Hallo, hier ist wieder Kathi und ich möchte einen zweiten kleinen Gruß nach Deutschland senden oder da, wo du es auch immer gerade siehst. Ich bin jetzt circa drei Wochen hier und ja, wir haben den ersten Teil des Retreats vollbracht. War eine sehr intensive Zeit, hat mir viel Spaß gemacht. Wir hatten tolle Leute, sehr unterschiedliche Leute. Und ja, davor haben wir halt vorbereitet, wir haben eine riesen Kokosnussbestellung gemacht und ich würde sagen, ich habe so, ja, mich nach zwei Wochen ungefähr eingelebt. Das heißt, die ersten Umwälzungsprozesse haben stattgefunden, so, was ich ja auch in dem einen YouTube-Video geteilt habe, was mein Herz bewegt, so, die Themen gehen einfach, ja, immer weiter. Ich habe die Zeit darüber zu sinnieren und mir Veränderungen zu überlegen, die, ja, die sich für mich besser anfühlen, was zum Beispiel meine Arbeit betrifft oder meine Berufung und auch das Privatleben. Einfach mehr Klarheit da rein zu bekommen. Wir sind jetzt an einem anderen Strand und hier gehe ich auch weiterhin jeden Morgen schwimmen. Das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Ich mache Gehmeditation und genieße so das Dasein. Tage vergehen unheimlich schnell und ich genieße einfach sehr hier die Zeit und ich sende dir ganz viel Wärme und Sonne und wünsche dir, dass es dir ganz gut geht und dass du, ja, alles dafür tust, dass es dir gut geht und, ja, vielleicht was zu verändern, wenn es was zu verändern gibt. Und, ja, das waren meine kleinen Grüße, ganz viel Sonne nach Deutschland und, ja, ich denke manchmal an euch, aber nur manchmal. Ciao!